Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Foolshop Tutorial. Heute zeig ich mal wie man in Metin 2 hier, wie man hier Gilden Logos moddet. Ja, als allererstes öffnet ihr eine neue Datei. Die ist dann 16 zu 12, glaube ich. Ja, 16 zu 12. Öffnet ihr einfach, oder ich mach's einfach mal hier so zum Zeigen. So, Datei neu, dann hier 16 zu 12, okay. So, dann mit Störungen plus, dann ranzoomen eben. Ja, und da haben wir's jetzt. So. Und nun könnte man irgendwas draufgriffen, das ist eigentlich jetzt völlig egal. Äh, wo ist die Maus jetzt? Da. So, ich nehm jetzt mal irgendein Brush. Ein Blatt. Lol, wieso sieht man das nicht? Irgendwie spinnt grad wirklich alles hier, wirklich. Komisch, jetzt geht's. Achso, war ich still noch. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hab. Das ist wahrscheinlich echt scheiß Dreck, das aussieht. Ja. So, das ist jetzt nur ein Beispiel, da ihr könnt's dann richtig gut ausarbeiten. Ja, dann einfach speichern unter. So, dann Arbeitsplatz, bei mir jedenfalls, das ist jetzt Arbeitsplatz. Hallo, Carla, da Name. So, das ist Mädchen 2. Da, Mädchen 2. Dann in den Upload rein. Dann eben hier nach ganz hinten. Als, also, ihr müsst JPEG oder Bitmap, ähm, Bitmap nehmen, das andere geht alles nicht. Ich nehm jetzt mal jetzt Tutorial. Und speichere ich das. So. Jetzt geh ich hier in Mädchen 2 rein. Wo grad irgendwie totale Kanone lag. Das sagt, das sagt wirklich sehr. Naja, auf jeden Fall, dann hier eben Gildenfenster öffnen. So, wie man sieht, ist hier schon ein Symbol drin. Hier ist Aktualisieren. LOL, jetzt hängt alles irgendwie. So, wenn ich jetzt hier Tutorial öffne, dann sieht man hier das Bild. Da. Ja, hier ist das Bild eben und so geht das eben. Ja, das kann natürlich auch wieder umwarten. In das alte, gehafte Bild. Zack. Ja, das war's jetzt von mir und tschüss.